... zergehen lassen, dann kommt der oberste und selbsternannte Sittenrichter der Nation, dann kommt der Herr Bubis. Wir wollen nicht diesen Antisemitismus, aber wenn es in Deutschland einen Antisemitus gibt und er ist verdammenswert, dann ist der Herr Bubis mitschuldig, liebe Freunde. Der Brandstifter als Biedermann, da gibt es Vorbilder in der deutschen Geschichte. Schönhuber, wie er selbst sagt, vom Schicksal aus ersehen, dem deutschen Volk zu helfen, hilft uns damit zumindest, hinter seine Maske zu schauen. Patricia Wiedemeyer über Rechtsradikale, die Schwierigkeiten der Justiz und Lehren aus der Vergangenheit. Verschmitte die Juden! Verschmitte die Juden! Verschmitte die Juden! ... stimpfte der Ignaz Bubis, Zitat, Die Staatsanwaltschaft leitete inzwischen Vorermittlungen wegen Verdachts der Volksverhetzung gegen Schönhuber ein. Entschieden wird nach Osten.